Israelische ESC-Sängerin Eden Golan steht auf Feindesliste der. Die israelische ESC-Sängerin Eden Golan, Zielscheibe eines bedrohlichen Aktes. Die israelische ESC-Sängerin Eden Golan, Zielscheibe eines bedrohlichen Aktes. Ein unerwartetes und besorgniserregendes Ereignis hat die Musikwelt erschüttert. Eden Golan, die renommierte israelische Sängerin, die ihr Land beim Eurovision Song Contest ESC repräsentiert, geriet in den Blickpunkt eines furchterregenden Szenarios. Sie wurde auf eine sogenannte Feindesliste gesetzt, die von einer unbekannten extremistischen Gruppe zusammengestellt wurde. Dies wurde nach aufmerksamen Recherchen und vertrauenswürdigen Quellen enthüllt, die der brisanten und schockierenden Geschichte Vertrauen schenkten. Golan, eine gefeierte Künstlerin in ihrer Heimat und ein aufstrebender Star auf internationaler Bühne, gewann sowohl nationale als auch globale Anerkennung für ihre beeindruckende Performance beim ESC. Ihr außerordentliches Talent und ihre Hingabe zum Ausdruck in ihrer Musik brachten sie an den Scheideweg zwischen Ruhm und Kontroverse. Die Details des bedrohlichen Plans sind noch nicht vollständig aufgedeckt, da die Behörden noch Ermittlungen zur Herkunft und zur möglichen Bedrohung durch die ominöse Liste durchführen. Die Aufregung und Besorgnis der Öffentlichkeit ist verständlich, da dies nicht nur eine beunruhigende Neuigkeit für die treuen Fans von Golan ist, sondern auch eine traurige Erinnerung an die immer noch vorhandenen Zwistigkeiten und Konflikte in der Welt. Golan selbst hat bisher mit bewundernswerter Gelassenheit und Stärke auf die Situation reagiert. Sie gewährte den besorgten Fans und der besorgten Öffentlichkeit ein beruhigendes Absicherungsstatement. Sie betonte, dass sie sich nicht einschüchtern lasse und dass die Musik ihre künstlerische Leidenschaft immer noch im Vordergrund stehe. Im Zuge dieser schockierenden Enthüllung haben sich auch verschiedene Musikorganisationen und Künstlerkollegen solidarisch mit Golan gezeigt. Sie verurteilten den Akt als grausame Verletzung der künstlerischen Freiheit und der Sicherheit der Künstler. Dennoch ist es wichtig, dass diese Art von Bedrohung nicht ungestraft bleibt. Es ist entscheidend, dass die Verantwortlichen für den Versuch, ein Klima der Furcht und Intoleranz zu erzeugen, zur Rechenschaft gezogen werden. In einer Zeit, in der die Musikindustrie und ihre Künstler bereits mit den Herausforderungen einer globalen Pandemie zu kämpfen haben, ist dies ein zusätzliches Hindernis, das unbedingt überwunden werden muss. Diese Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Sie enthüllt die dunkle Seite des Ruhms, der Intoleranz und der Missgunst. Aber sie zeigt auch die Unbeugsamkeit und Entschlossenheit von Künstlern wie Golan selbst. Trotz der Verdunklung hat sie bewiesen, dass die Liebe zur Musik und das Streben nach künstlerischem Ausdruck selbst in Zeiten der Unsicherheit und Angst nicht unterbrochen oder geschwächt werden kann. Ihre Geschichte ist ein leuchtendes Beispiel dafür, warum es in solchen Momenten entscheidend ist, Künstlern beizustehen und ihre Freiheit zu verteidigen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Entwicklungen in diesem Fall, da die Ermittlungen noch andauern. Das behördliche und juristische Vorgehen in dieser Situation wird sicherlich ein Weckruf sein, wie das Recht der Künstler und ihre Sicherheit in Zeiten der Adversität verteidigt und gewährleistet werden müssen. Quellen ESC, israelische Nachrichtenagenturen, persönliche Aussagen von Eden Golan. Autor Anita Farke, Sonntag, 12. Mai 24.